Willkommen in Fechners Universum, der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials. Sei der Welt ein Licht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast-Universum. Ich freue mich, dass du, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Ich hoffe, einer inspirierenden und kurzweiligen Folge. Ich habe heute hier die Buchautorin Melina Lesch mir gegenüber sitzen, hier in meinem Elfenbeinturm. Hallo Melina, schön, dass du da bist. Hallo Sven, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich möchte dich ganz kurz erstmal introducen, beziehungsweise wie wir uns kennengelernt haben und weshalb ich dich heute hier eingeladen habe. Und zwar ist Melina, schreibt gerade an einem mehrbändigen Projekt, einer Vampirsaga, einem Roman. Und du bist auf mich zugekommen, beziehungsweise habe ich dich kennengelernt, weil ich letztes Jahr gefragt wurde, ob ich an einer systemischen Aufstellung teilnehmen kann oder ob ich dort als Stellvertreter zur Verfügung stehe, von einer guten Freundin, von mir und von dir. Und es ging darum, dass eine Buchautorin eine ihrer Hauptfiguren sozusagen aufstellen möchte, weil sie noch zwei, drei Fragen hat bezüglich der Premiere des ersten Bandes, der Veröffentlichung des ersten Bandes. Und dann war ich plötzlich irgendwie in deinem Universum mit integriert und verkörperte plötzlich eine der Figuren dieses Romans, die sehr, sehr wichtig ist. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Melina, ich möchte gar nicht so viel jetzt quatschen, sondern dich auch zu Wort kommen lassen. Erzähl doch mal, wie bist denn du zum Buchschreiben bekommen? Du bist ja jetzt eigentlich, also das ist ja jetzt nicht dein herkömmlicher Berufsweg gewesen, oder? Nein, gar nicht. Das Schreiben hat mich irgendwie in einer Nacht eigentlich so überkommen. Jetzt so im Nachhinein, das ist jetzt ungefähr zwei Jahre, bisschen mehr her, dass ich angefangen habe. Ja. Und das ist irgendwie ziemlich verrückt, weil also auf eine Art so die, oder jetzt so im Nachhinein, jetzt schreibe ich ja schon an Band drei. Ja, abgefahren. Du hast gesagt, der ist schon fast fertig, über 500 Seiten. Ja, fertig nur nicht, aber mal gucken. Ich lasse mich da so führen. Mal gucken, wo der noch hinläuft, wo der hin will. Aber ja, genau. Also es ist einfach schon wahnsinnig. Viel jetzt passiert in der sehr kurzen Zeit. Und so im Nachhinein denke ich, wenn ich so jetzt mein Leben anschaue, dann denke ich so, eigentlich war es, eigentlich hätte ich drauf kommen können, das Schreiben, was ist, was ich, also was mir Spaß machen würde, weil ich immer schon gern mir Geschichten erzählt habe. Und viele von den Figuren jetzt, die halt auch in der Sali eine Rolle spielen, also in der Reihe, viele kenne ich auch schon wirklich eigentlich seit Jahren. Die Figuren, die dort dann aufgetaucht sind, also konkret in der Geschichte. Genau. Ganz kurz vorher, bevor wir auf den Inhalt dieser Geschichte eingehen, was hast du denn, wie bist du denn, also was machst du denn normalerweise beruflich oder was für eine Ausbildung hast du gemacht? Das hat ja gar nichts mit Schreiben zu tun, oder so? Nee, ich habe einen recht bunten, also keinen geraden Lebensweg. Ich habe mal, also ich habe am Anfang gedacht, ich möchte, ich mochte Immobilien und dann habe ich gedacht, ich mache eine Ausbildung zum Immobilienmakler und war da in Starnberg oder in der Nähe von Starnberg habe ich eine Ausbildung angefangen. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht meins ist. Und habe dann, weil ich immer schon eine Riesenleidenschaft für Pferde hatte und ja auch seit meinem 16. Lebensjahr ein eigenes Pferd hatte, gedacht, gut, ich möchte eigentlich in die Richtung was machen und habe in den Niederlanden einen Studiengang gefunden, der hieß Pferdemanagement. Und es war eigentlich im Schwerpunkt BWL, aber halt zugeschnitten auf den Pferdesektor. Achso, das heißt, du hattest überlegt vielleicht ein Gehöft aufzumachen oder eine Pferdezucht oder das hat ja auch was damit zu tun, ein Geschäft draus zu machen, oder? Ja, genau. Das war so der Ursprungsplan und deswegen bin ich dann in die Niederlande, habe Niederländisch gelernt, weil das Studium auch oft Niederländisch war. Ja, genau. Und habe dann da zwei Jahre studiert, das wäre vier Jahre gegangen und dann kam auf meine Familie ein Wechsel zu und es war irgendwie klar, es wird schwierig, das jetzt finanziell noch weiterzutragen. Ist ja auch nicht so günstig und ich hatte ja auch damals noch mein Pferd und wollte das auch auf keinen Fall aufgeben. Und da habe ich gedacht, ah, wenn ich jetzt hier weiter studiere, Vollzeit und noch irgendwie so einen Job brauche, der das alles finanziert, das wird sehr schwierig. Und deswegen bin ich dann nach Berlin und habe in Berlin mich halt initiativ beworben und war dann bei Coawach. Die machen so Kakao mit Guarana. Man kennt die so manchmal aus dem Supermarkt, die haben so einen Affen auf dem… Wir machen jetzt keine Werbung für irgendwas. Auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall hast du einfach einen Job gesucht hier. Genau. Und da war so ein Startup damals, genau. Und da konnte ich dann erstmal meinen Lebensunterhalt verdienen. Das hat dann alles ganz gut geklappt. Seit wann bist du jetzt in Berlin? Ich glaube, sechs Jahre müssten das jetzt sein. Sechs Jahre. Du bist doch relativ jung, ne? Ich glaube, du könntest fast meine Tochter sein. Ich werde 33 dieses Jahr. Süß. Guck mal, ja, ja, auf jeden Fall. Okay, das heißt, du bist so ein bisschen so ins Leben reingetrudelt und hast so Sachen ausprobiert und bist dann hier so typisch, wie das für viele Existenzen so ist, so in Berlin gelandet. Und dann hast du als Jugendlicher oder so schon was mit Schreiben zu tun gehabt, weil du hast mir erzählt, da kommen wir jetzt vielleicht auch gleich drauf, dass das sozusagen plötzlich in dein Leben kam, dass diese Geschichte aus dir rausfloss und du seitdem eigentlich deswegen auch unser Wort Schreibwahn in so einem Flow, in so einem Wahn im positiven Sinne bist, dass diese Geschichte aus dir rausfließt. Was mich sehr beeindruckt, weil du bist jetzt sozusagen in der Mitte oder am Ende des dritten Bandes. Du hast mir mal erzählt, dass das noch einige mehr werden, diese Entwicklung von der Asali. Vielleicht erst mal Asali, der Clan der Abrazax, heißt der erste Band. Die Söhne des Abrazax. Die Söhne des Abrazax, oh. Aber ich glaube, ich muss ganz kurz noch einen Bogen fertig machen, sonst wird es nicht ganz verständlich. Ich habe eben dann, als ich bei Chorwach war, habe ich gemerkt, das ist es halt auch nicht so. Es war eine gute Zeit, ich habe viel gelernt, aber ich interessiere mich eigentlich auch sehr für Psychologie immer schon. Und deswegen habe ich dann noch eine Weiterbildung gemacht zur psychologischen Beraterin und bin so dann dazu gekommen, jetzt auch als Kinder- und Jugendcoach zu arbeiten und habe mich halt intensiv jetzt mit Psychologie und persönlicher Weiterentwicklung und dem Ganzen auch beschäftigt. Und das ist ja auch, also das ist jetzt wichtig in dem Kontext. Weil es ist nicht nur ein Vampirroman, sondern es ist auch sozusagen ein Entwicklungsroman. Wir begleiten die Hauptfigur auf einem Entfaltungs-, Entwicklungsweg. Genau, ja, so. Also ich habe, da ich das ja als Self-Publisherin mache, also bin ich ja völlig frei, muss ich das in nichts, entscheide ich, wie ich das benenne. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, weil ich finde, Vampirroman trifft es halt irgendwie nur so wirklich im äußeren Rahmen und in der Tiefe geht es, oder ja, das steigert sich auch über die Bände, ist eigentlich diese Entwicklung wirklich im Vordergrund von Asali, aber schon auch von so ein paar anderen Figuren, die man dann halt indirekt mitbekommt. Und genau, deswegen war das wichtig, das nochmal zu sagen, dass ich da schon, das jetzt nicht irgendwie völlig… Und hattest du dann, als du mit dem Coaching angefangen hast und sozusagen junge Menschen begleitest, kam da diese Geschichte, die sich dann sozusagen so immer mehr in den Vordergrund gerückt hat, dass du gesagt hast, jetzt muss ich es aufschreiben? Oder wie kamst du denn dazu, mit diesem Roman anzufangen? Also vielleicht noch ganz kurz, bevor wir in den Inhalt der Geschichte einsteigen, wie gesagt, wir haben dann diese Aufstellung gemacht und ich kannte dich gar nicht, wusste halt einfach, Antonia hat mich gefragt, könntest du da bitte Stellvertretung machen? Es wäre wichtig und sie kam auch gleich auf mich, weil keine Ahnung warum. Und ich kann nur sagen, als wir dann diese Aufstellung gemacht haben und ich, eine der Hauptfiguren, Fiore heißt der in dem Roman, der quasi der Chef des Abrasax-Clans, ein Vampir, ein uralter Vampir, der eine Autorität hat. Also es war für mich krass, weil das war zum ersten Mal eine Aufstellung, wo ich eine literarische Figur, eine Vorlage vertreten habe oder dort reingeschlüpft bin und das war schon ziemlich krass für mich, wo ich gemerkt habe, okay, der hat eine Kraft, der hat auch eine Gefährlichkeit, der hat aber auch ein Wertegerüst in seinem System. Ja, wo ich gedacht habe, wow, okay, das kommt ja jetzt nicht von mir, das ist ja, ich steige gerade in deine Fantasie ja ein. Kam das plötzlich oder hattest du diese Geschichte schon länger im Kopf? Also ich fange ein bisschen anders an, weil das ist auch sehr spannend. Ich habe halt durch diese Coaching-Ausbildung ist man ja dann zwangsläufig auch mit sich selbst, im besten Falle räumt man Sachen auf. Und dadurch habe ich einfach in den letzten zwei Jahren, drei Jahren eine sehr steile Entwicklung hinter mir, wo glaube ich ganz viele Blockaden und Sachen auch abgefallen sind, von denen ich auch nicht wusste, dass sie da sind so in der Art. Und ich glaube, dass da viel passieren musste, damit ich mit dem Schreiben anfangen konnte und dann, da gehe ich vielleicht gleich auch noch drauf ein, aber diese Geschichte, wie gesagt, oder Fiore kenne ich auf jeden Fall schon länger, als ich jetzt schreibe. Eben in der Form, dass ich mir irgendwie, jetzt nicht diese Geschichte, die ich aufgeschrieben habe, aber ähnlich, irgendwie immer mal wieder Szenen erzählt habe, so beim Spazierengehen oder beim Putzen, keine Ahnung, und dann lief es einfach in meinem Kopf. Und das tut es schon einfach, ich glaube, das hatte ich eigentlich schon als Jugendliche, dass ich einfach mir Geschichten irgendwie erzählt habe. Immer mal so ein paar Tage, mal eine Woche und dann hat sich das auserzählt und dann war wieder monatelang, jahrelang Ruhe. Aber du hast vorhin noch nie was aufgeschrieben? Ich habe nie was aufgeschrieben, weil ich einfach als, also ich war schon in der Grundschule, ich war sehr, sehr schlecht in Rechtschreibung. Achso. Jetzt gar nicht so Grammatik, aber so wie man Wörter richtig schreibt, so schlecht, dass wir auch irgendwann, dass ich einen Legasthenie-Test gemacht habe. Den habe ich nicht bestanden im Sinne von, ich habe keine Legasthenie zum Glück. Aber ich hatte einfach, mir hat das, ich habe eigentlich gerne Aufsätze geschrieben, so in der Grundschule und so. Aber dadurch, dass dann einfach die Aufsätze immer rot waren, weil ja jeder Schreibfehler angemarkert ist, gab mir das immer das Gefühl, dass das alles irgendwie schlecht ist. Und dadurch habe ich gedacht, ich kann halt nicht schreiben. So, ist halt nicht, habe ich, also ich habe einfach die, ich habe darüber nie nachgedacht, weil ich einfach dachte, ich kann halt nicht schreiben. So, Punkt. Das war halt negativ besetzt. Und ich glaube, durch die, in der Coaching-Ausbildung und meine Weiterentwicklung ist da, ohne dass ich das jetzt bewusst, ich habe das ja als Problem gar nicht wahrgenommen. Ich dachte halt, ich kann das nicht. Ja. So, das war ja gar keine Möglichkeit in meinem Kopf. Aber dadurch, dass ich da so viel an mir gearbeitet habe, ist das irgendwie mit irgendeinem anderen Thema, hat sich das wohl miterledigt. Ja. Und dann hatte ich eben, das war auch im Juni, glaube ich, oder so, hatte ich irgendwann mal wieder so einen sehr, sehr einnehmenden Albtraum, wo ich irgendwie in so einem düsteren Haus war und ich bin irgendwie von Vampiren weggerannt. Und es war irgendwie gleich, ich kann da nicht raus. Ja, so ein bisschen anders. Und ich kann da, aber ich werde denen eh nicht entkommen. Irgendwie so das. Und dieses Gefühl hat mich irgendwie dann den ganzen Tag, manchmal habe ich so Träume, die mich dann den ganzen Tag noch so bewegen. Ja. Und es hat mich den ganzen Tag mitgenommen und daraus ist diese Geschichte wieder irgendwie losgegangen. Und dann, und diesmal war die aber irgendwie in der Intensität nochmal krasser als vorher, also als ich das so schon kannte. Und dann hatte ich nach, ich glaube zwei Wochen und die hörte einfach nicht auf und nach zwei Wochen war das richtig groß und ich hatte mindestens 20 Figuren mit Namen im Kopf. Und habe dann gemerkt, dass ich aber anfange, dass es gefährlich wird, dass ich den Namen vergesse. Und dann habe ich einen Abend, habe ich gedacht, ach komm, jetzt schreibt dir mal die Namen auf, weil es wäre irgendwie, wäre es schade, die jetzt zu vergessen. Ja. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe diese 20 Namen aufgeschrieben. Und diese Figuren hatten auch sozusagen, also wie es jetzt auch in deinem Roman, da tauchen sehr, sehr viele Figuren auch zwischendurch auf, die hatten alle dann schon Charakter und eine Individualität oder waren es erstmal nur Namen? Waren die noch seelenlos oder waren die noch? Nee, nee, die sind mir, also es war jetzt nicht so, dass mir plötzlich 20 Figuren eingefallen sind. Die Geschichte hat sich erzählt und in der Geschichte bin ich 20 Figuren begegnet. Oder die haben mir ihrs erzählt. Und manche, so wie es jetzt halt auch ist, manche natürlich kenne ich besser und andere sind weniger stark, so weiß ich weniger von denen. Ja. Ja, so, genau. Und ich habe aber gedacht, mir fällt es jetzt langsam schwer, mir die Namen zu merken. Ja. Und deswegen habe ich die Namen, habe ich gedacht, die schreibe ich jetzt mal auf. Und ja, nachdem ich 20 Namen aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, hatte ich halt irgendwie noch diese Anfangsszene und diesen, noch aus dem Albtraum, so dieses Haus noch so vor Augen. Ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, komm, ich probiere mal, ich schreibe mal einfach eine Szene, nur für mich. Ich mache das mal. Und das war Kapitel 1 und dann konnte ich drei Monate lang überhaupt nicht mehr aufhören. Ja, abgefahren. Also für mich war es so, du warst so freundlich, als wir diese Aufstellung, die haben wir auch hier in meinen Räumen gemacht, weiß ich noch, da habt ihr mich besucht. Und du warst so nett, als Dankeschön, ich wollte da nichts für haben oder so, weil ich das ja selber auch so spannend finde, solche Sachen finde ich ja immer super. Und wenn mich jemand um Unterstützung bittet, den ich sehr mag und sowas, dann bin ich für sowas ja immer zu haben. Und dann wart ihr hier und dann hast du mir freundlicherweise ja den ersten Band hier gelassen, als Dankeschön quasi, weil du dich da natürlich auch refranchieren wolltest. Und ich glaube, du hattest da auch ein ziemliches Aha-Erlebnis. Ich habe keine Ahnung, was es letztendlich bei dir ausgemacht hat, vielleicht können wir da gleich noch drüber sprechen, aber dann habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen und du hattest mich natürlich sofort, weil ich fahre total auf dieses Vampir-Ding ab. Also ich stehe, ich fand damals Interview mit einem Vampir geil, ich fand Bram Stokers, ich fand Copiolas Verfilmung von Dracula. Ich fahre darauf ab, ich habe die Sachen geliebt, gelesen. Ich stehe total auf True Blood zum Beispiel, also falls ihr eine richtig geile Vampir-Serie euch angucken möchtet, die wirklich nicht irgendwie klischeeblöd ist, sondern geile Figuren hat und witzig ist oder so. True Blood kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich in dieses Buch reingelesen und dachte so, alter, das ist irgendwie, du bist keine gelernte Schriftstellerin, hast nichts mit Literatur oder so zu tun, irgendwie dich da vorgebildet oder hast eine Ausbildung und dann schreibst du da so einen Roman, wo ich innerhalb von fünf Seiten völlig drin bin und vor allen Dingen, es ist ja aus der Sicht von Azali geschrieben, also es ist in der Ich-Form, ich glaube, sagt man das so oder? Ich würde das so sagen. Und ich fand das wahnsinnig spannend und vor allen Dingen auch sexy. Also ich dachte so, okay, das ist zwar jetzt hier rein, das ist so eine Hetero-Nummer, aber mich macht es trotzdem, irgendwie kickt es mich und ich habe es durchgesuchtet. Und dann hast du mich ja auch gefragt, ob ich dich unterstützen kann für Live-Lesungen und so, dass wir so ein Coaching machen, dass ich dich ein bisschen begleite, damit du souveräner, dann wenn es veröffentlicht wird, hat ja auch viel dann damit zu tun, dass man es präsentiert, dass man es liest und so. Also du spielst sogar mittlerweile mit dem Gedanken, ob du das Hörbuch selber einliest, weil ich sehe ja, was du für Fortschritte auch machst und wie du übst und mit einer Energie und Kraft an diesem Ding bist und jetzt habe ich gerade gehört, dass du schon den dritten Band fast fertig hast und du veröffentlichst das auch alles selber. Sag mal, das ist ja ein Wahnsinnsunterfangen, also wo holst du denn diese Kraft und diese Lust und diese Leidenschaft und vor allen Dingen auch diese Souveränität zu sagen, ich mache das alles selber. Ich suche mir jetzt nicht einen Verlag, so wie es viele machen und werde tausendmal abgelehnt, sondern ich mache das alles selber und dann schreibst du noch so eine geile Geschichte. Ich stecke jetzt leider ein bisschen fest, gerade im zweiten Band, den ich als Vorabexemplar habe, weil der wird jetzt demnächst veröffentlicht und komme gerade nicht so richtig weiter, weil ich viele andere Themen habe, aber immer wenn ich reinfalle in die Geschichte, denke ich so, oh, das ist richtig, richtig, richtig gut. Und wie bist du an diese kreative Kraft reingekommen, an diesen positiven Wahn, an diesen Flow, der dich offensichtlich ja jetzt schon über zweieinhalb Jahre trägt. Du musst es ja gar nicht forcieren, du sagst, das kommt einfach und dann schreibe ich drei Stunden und liebe das. Wo kommt das her? Gute Frage. Tausend Fragen jetzt, aber du siehst, ich bin so begeistert von dem, dass da eine junge Frau sitzt, der das passiert und die dann das einfach macht und Stück für Stück irgendwie in die Manifestation bringt. Was ist dein Antrieb daran? Möchtest du was damit erzählen? Ich stelle tausend Fragen. Ich glaube, ich lasse dich jetzt auf. Entschuldigt bitte. Ihr seht, ich bin begeistert, dann kann ich nicht aufhören zu quatschen. Ja, also es ist natürlich, wenn man das Buch liest, das ist Asalis Entwicklungsgeschichte, die ich beschreibe. Um Asalis Entwicklungsgeschichte erzählen zu können, braucht es meine eigene, habe ich so gemerkt. Und ich glaube, dass auch davor schon, als ich das mir nur in meinem Kopf erzählt hat, dass für mich irgendwie eine Form ist, auch meine eigenen Erkenntnisse mir nochmal auf eine halt fantasievolle Art zu erzählen, um sie wirklich zu verinnerlichen. Das habe ich so inzwischen so ein bisschen erkannt. Und zum Beispiel der Fiore, den du mal kurz für mich verkörpert hast, ist einer, der hat für mich jetzt privat, also es ist ein bisschen getrennt von der Buchfigur, aber für mich privat hat der so einen Stellwert wie ein innerer Berater, der mir manchmal, und der ist wahnsinnig daran interessiert, dass seine, also die Geschichte, in der er ja viel vorkommt, jetzt in die Welt kommt, so. Und der irgendwie, das ist wie so ein, ich glaube, das ist wie so ein innerer Anteil von mir, der da jetzt eine Figur bekommen hat, so. Und einen Namen bekommen hat und so irgendwie für mich leichter ist, mich mit dem auseinanderzusetzen und vielleicht seinen Rat mir anzuhören und da mich von dem so positiv pushen zu lassen. Ich glaube, von dem kommt ganz viel, also weil du das jetzt angesprochen hast mit, ja, als Self-Publisher ist das ja ein Riesen, das ist ja nicht nur, also das Schreiben ist ja eigentlich das Wenigste daran. Ja, ja. Das Drumherum ist für mich eigentlich viel herausfordernder, weil es halt, weil da viele Sachen da sind, die bisher nicht so Teil meiner Komfortzone waren. Also mich so zu zeigen und so, da merke ich gerade, das ist so, für die kleine Melina von damals ist das echt irgendwie richtig krass. Und irgendwie, aber für diese Geschichte, es ist keine Frage. Also, dass ich da dran bleibe, es ist irgendwie keine Frage. Ich bin, glaube ich, wirklich ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, immer schon. Aber seit, seit es losging mit dem Schreibwahn, das ist next level. Das ist, ich weiß auch nicht, da fließt so eine Energie durch und ich habe auch so das Gefühl, das, also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgehoben, aber wie, als wäre die so zu mir gekommen. Also, wenn ich schreibe, habe ich das Gefühl, ich bin eigentlich nur noch Kanal. Dann erzählen die Figuren immer, wenn ich irgendwie einen Plan habe für das Buch, dann komme ich an eine Schreibblockade. Dann geht es irgendwie nicht weiter, wenn ich denke zu wissen, was passiert. Du meinst einen inhaltlichen Plan, wie die Geschichte weitergehen soll oder meinst du einen Plan, ich mache da sieben Bände draus und das wird, also ich verdiene da Geld mit oder sowas. Das ist alles gar nicht wichtig für dich, oder? Erstmal jetzt, oder bist du darauf angewiesen, dass da auch Kohle mit reinkommt? Ist jetzt im Moment nicht mein Hauptantrieb, es ist eher halt, also so, die Geschichte hat mich halt gefunden und ich habe halt irgendwann dann mal Leuten die ersten Kapitel so gezeigt und habe halt gemerkt, ah, das ist schon irgendwie gut, das möchte wohl schon veröffentlicht werden, so. Genau, also das war nicht, ist nicht so mein Hauptantrieb. Jetzt das Drumherum, ich würde sehr gern davon leben können irgendwann. Also ich habe schon, diesen Plan habe ich schon, das jetzt wirklich irgendwie groß zu machen und zum Glück habe ich gerade auch die Möglichkeiten, mich dem so hinzugeben sozusagen. Aber es war jetzt nicht, ich hatte nie den Plan, ich schreibe jetzt ein Buch und davon werde ich reich. Also so war es nie. Gelingt auch in den seltensten Fällen, glaube ich, mit dieser Einstellung. Spannender finde ich ja, dass es sozusagen durch dich in die Welt möchte, also so habe ich das auch verstanden, das hast du öfter mal so formuliert, jetzt in den letzten Treffen, wo wir zusammen gearbeitet haben, dass, wie du eben auch sagtest, du bist sowas wie so ein Kanal, würdest du sagen für dein höheres Selbst oder hast du das Gefühl damit, weil du es ja auch Entwicklungspersönlichkeitsentwicklungsroman nennst und das mit dieser Asali, mit dieser Hauptfigur, die ist ja ganz, die ist ja doch auch sehr nah bei dir, oder? Ja, würde ich schon sagen, ja. Also da gibt es ja richtig, es gibt ja richtig viele gute Bücher zu dem Thema. Aber das sind meistens Sachbücher. Aber man muss sich, genau, und man muss sich dann damit beschäftigen wollen schon. Ich glaube, in Asali steckt die Möglichkeit, dass das drin ist, dass das schon auch, gerade dann ab Band 2, auch immer deutlicher wird, so die Fragestellungen oder so, mit denen man sich jetzt auch persönlich noch wirklich beschäftigen könnte, wenn man wollte. Aber ich glaube, es ist trotzdem immer auch einfach eine spannende Geschichte, die man auch lesen kann, wenn man jetzt an den tieferen Inhalten nicht so interessiert ist. Und dann kann man sich vielleicht, also das ist so ein bisschen das, was ich super schön finde, wenn es einfach Menschen einfach erstmal abholt, weil spannende Geschichte. Und dann sie vielleicht an dem einen oder anderen Punkt merken, ah, da steckt irgendwas für mich drin, das berührt mich gerade, da steckt vielleicht doch noch irgendwas drin. Und wenn es dann diesen Effekt hätte, dass die Menschen sich dann vielleicht so ein bisschen tiefer mit sich auseinandersetzen oder es ihnen in irgendeiner Form weiterhilft, auch in ihrer Entwicklung, das fände ich sehr schön. Was ich sehr spannend finde, ist, dass ja die Figur, ich weiß nicht inwieweit wir spoilern, eigentlich nicht, aber wir können ja trotzdem auch ein bisschen auf den Inhalt eingehen, dass diese Figur ja startet, so lernen wir sie kennen, an einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hat. Ja, ja. Eine Nacht irgendwie, genieß noch dein Leben und sie hat sowieso mehr oder weniger abgeschlossen, der ist das, ich hatte so das Gefühl, okay, die ist eigentlich, die ist depressiv und hat abgeschlossen mit dem Leben, weil sie auch keine sozialen Bindungen in dem Sinne mehr hat. Und dadurch natürlich, dass sie halt einfach ein traumatisches Familien, eine Tragödie erlebt hat, wo sie alleine übrig geblieben ist, eigentlich auch sich immer mehr zurückgezogen hat und auch keine anderen sozialen Bindungen mehr hat. Und dann gerät sie in eine Situation, wo sie sich selber entscheiden muss, entweder an dieser Stelle wirklich zu sterben oder einen sehr heiklen Deal einzugehen. Zweifelhaften Weg einzugehen, zweifelhaften Weg einzugehen und dadurch quasi gezwungen ist, ihr bisheriges Ich komplett aufzugeben. Die muss ja total neu lernen, sich in einer auch sehr patriarchalen Welt, weil das sind alles nur Männer in diesem Vampirclan, das möchte ich jetzt nicht erklären, warum. Es hat einen Grund und sie hat einen besonderen Status, weil sie bringt etwas plötzlich mit, deswegen fahren auch alle Vampire total auf sie ab, der ihr einen ganz, ganz wertvollen Status in der Vampirwelt verschafft, wo sie nicht mit umgehen kann und die Vampire ja auch nicht, weil sie so anziehend ist für, eigentlich für alle. Hat das was mit deinem Leben zu tun? Ja, weil du sagst, sie ist ganz nah bei dir. So, jetzt mal Buddha bei die Fische hier. Oh, da muss ich mal drüber, weiß ich gar nicht. Hattest du mal so eine Zeit, wo du halt wirklich mit dem Leben abgeschlossen hast oder hast du das einfach überhöht für diese literarische Figur dann doch? Nee, so hatte ich das nicht. Also so in der Dramatik, wie das Asali erleben musste, habe ich das zum Glück nicht gehabt. Ich habe, ich habe, also vielleicht spiegelt sich das so ein bisschen darin wieder. Ich habe als Jugendliche, hatte ich ein großes Thema, damit mich ausgegrenzt zu fühlen und auch so ein bisschen, glaube ich, mich als Opfer zu fühlen von anderen. Ich hatte bestimmt mindestens ein Jahr, in dem ich quasi keine Freundschaften hatte, also nichts, was ich annähernd heute so bezeichnen würde. Ähm, und ich hatte einfach extreme Probleme, sich so, mich so einzufinden in meiner Peergroup sozusagen. Irgendwie konnte da mit, mich hat einfach nichts interessiert, was die anderen interessiert hat und ich war da irgendwie so, ja, halt dann so die Außenseiterin. Und vielleicht spiegelt sich das und ich glaube, in der Phase, in der Phase habe ich, glaube ich, auch Twilight gelesen, diese amerikanische Vampirgeschichte. Ähm, und vielleicht hat sich in der Phase so dieser, das so als Wunsch so irgendwie, ah, es wäre cool, so entdeckt zu werden von jemandem, die was, was anderes in mir sehen und wo ich einen Wert habe. Vielleicht, vielleicht spiegelt sich das so. Ah, okay. Da wieder, überlege ich gerade, ja. Okay. Ähm, das könnte schon sein. Und das ist einfach von, ja, bei Asalis ist es jetzt natürlich irgendwie nochmal extremer. Ich habe natürlich auch schon Erfahrungen mit Trauer und so gemacht, aber so, also so in der Form depressiv und so gleichgültig, wie sie ja am Anfang ist, ähm, war ich, glaube ich, nie. Naja, also schon allein im ersten Band, also die Entwicklung, die sie da macht, ähm, da ist, also, was ich, was ich spannend fand, dass du das so thematisierst, dieses Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau. Und natürlich dann eben auch diese Vampire sind viel, viel stärker als sie, ja, die könnten die mit in einer Sekunde irgendwie einfach zerquetschen mit zwei Fingern, so, ja, also, und machen sie aber nicht aus einem bestimmten Grund, äh, kleiner Teaser, lest, lest den ersten Band, der zweite erscheint jetzt bald. Ähm, ähm, hattest du ein Thema mit, mit, also, weil du eben auch angesprochen hast, so ein bisschen so dieses, manchmal so dieses Gefühl, ein Opfer der, der Umstände zu sein, ähm, hattest du ein Thema auch, was du verarbeiten und damit irgendwie mit reinbringen wolltest, um, um zu zeigen, dass man sich selbst ermächtigen und stärken kann, auch im Umgang mit Männern, die toxisches Verhalten Frauen gegenüber an den Tag bringen? Ähm, also, ich hab schon, nö, ist alles gut, ähm, ich hab schon auch blöde Sachen mit Männern erlebt, ich glaub, das ist leider, dass das ganz vielen Frauen so geht. Ähm, aber ich hab jetzt da, also, ja, nein, muss ich jetzt nicht, so, so doll im Detail, ähm, aber es ist jetzt nicht so, ich hab jetzt nicht so, das, das Hauptthema waren jetzt nicht, dass ich mich jetzt von Männern irgendwie schlecht behandelt gefühlt hätte oder so, das ist jetzt nicht so das, das Hauptthema, aber, ähm, Ähm, nee, 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 würde ich nicht sagen, also, ich hatte gerade als Jugendlicher auch eher das, eher Themen mit gleichaltrigen, äh, Frauen und eher da, ähm, öfter mal das Gefühl, irgendwie so ein Messer in den Rücken gerammt zu kriegen, wenn ich nicht aufpasse und so. Genau, also, das war da eher so, ähm, ich, ich, es ist ja interessant, weil ich ja beim, beim Schreiben ja eben, und das ist, glaub ich, das vorhin, das, ähm, ich mach keinen Plan, ich überlege nicht, welche Themen will ich jetzt da reinbringen. Also, also, es ist nicht so, dass ich mir denke, ach, ich würde jetzt gern, ähm, keine Ahnung, mal Männer- und Frauenrollen hier, äh, irgendwie anders beleuchten, das ist eher so, es schreibt sich, ähm, die, Asali erzählt mir ihre Geschichte, die Figuren erzählen mir ihre Geschichte, ähm, und dann lese ich hinterher, was ich geschrieben hab, und manchmal, also manchmal muss ich es auch Monate später, verstehe ich es erst, ähm, aber dann dämmert mir manchmal erst, ach, darum geht's auch. Also, also, es ist nicht so, dass ich bewusst mich hinsetze und sag, okay, ich möchte jetzt mal das Thema, ähm, Opfer-Täter-Rollen anschauen, sondern die Figuren erzählen mir und ich merke, ah, es geht um Opfer-Täter-Rollen, interessant. Und es geht um Emanzipation auch, ne? Es geht um Empowerment, würde ich sagen. Empowerment, hilf mal kurz, was, was bedeutet das? Ähm, also, dass man sich selbst, ähm, empowert, wie ist das deutsche Wort? Ermächtigt, ja. Dass man, ähm, also ich glaube, Asali, also für Asali sieht es auch, dass man sich selbst, ähm, empowert, wie ist das deutsche Wort, ermächtigt, ja. Sieht es ja sehr, sehr düster aus, weil, hast du ja schon angesprochen, die sind, also eigentlich sehr Nullchance, so. Also, platt gesehen hat es die Nullchance, die sind Vielmächter, die könnten alles mit dem machen, was die so wollen, ähm, und ich glaube, oft, oder ohne jetzt jemandem was hinlegen zu wollen, aber oft fühlen sich Menschen so, oder ich hab oft das, wenn ich anderen Menschen zuhöre, oder ich kenn das auch von mir selber in bestimmten Situationen, dass ich mich manchmal so machtlos fühle und das Gefühl hab, irgendwie, was soll ich hier in dieser Welt, die ist, also, ich hab ja, was macht mein kleines Stürmchen da? Ja, so, ich kann ja, manchmal gibt es so diese Momente. Ja, es gibt gerade einen Moment so, wo ich denke, so, was, was bringt das hier eigentlich alles? Und ich glaube, jetzt im ganz Großen, also, dann, ich weiß ja noch nicht genau, wie viele Bände es werden, aber ich glaube, für Azali ist schon so dieses, hey, es sieht vielleicht alles immer wirklich düster aus und trotzdem, trotzdem ist da irgendwie, da ist eine Macht in ihr und trotzdem geht's immer weiter und trotzdem kann sie, kann sie doch was bewirken. Und das manchmal vielleicht halt auch in der, in der Hingabe eine Machtlicht, die wir vergessen haben, weil wir immer nur kämpfen. Und, ja, und deswegen finde ich ihre Figur da so spannend, weil ihr oft ja nichts anderes übrig bleibt, aber ich glaube, dass Hingabe, was, oder sich hinzugeben, was anderes ist, als sich zu opfern. Und so diesen feinen Pfad oder Grad geht sie ja ganz oft irgendwie lang und dann zu lernen, jede Chance zu nutzen, in der sie sich auch behaupten kann, ohne jetzt so ganz mutlos irgendwie aufzugeben. Das finde ich extrem spannend, weil das ist, beschäftige ich mich gerade ganz extrem, also jetzt mal komplett aus diesem, aus deinem Romankontext raus, weil du jetzt gerade über Hingabe sprichst. Ich mache gerade so die Erfahrung, ich habe so mein Leben lang quasi immer gekämpft für meinen Platz in der Gesellschaft. Ja, ich habe, als ich von zu Hause raus war, habe ich immer gedacht, auch aus einem Minderwertigkeitsgefühl heraus. Ich muss, ich muss was darstellen, ich muss was leisten, ich muss was hinterlassen, ich muss irgendwie was in die Welt bringen und es hinterlassen. Und etwas, was ewig hält, beziehungsweise, ja, als Schauspieler dann irgendwie, also es war mir wahnsinnig wichtig, gute Kritiken zu haben, anstatt einfach mich darauf zu konzentrieren, Freude und Spaß und Echtheit und Authentizität in meine Rolle zu integrieren. Das habe ich immer geschafft, also ich glaube, ich habe immer ganz gute Arbeit geleistet, aber mir was eigentlich, wenn ich ganz ehrlich, ich bin jetzt in der Rückschau immer wichtig, dass ich gemocht werde, dass ich in irgendeiner Form Wertschätzung bekomme, Ansehen, Anerkennung, dass ich selber irgendwann in mir, dass es bei mir ankommt, ich habe einen Wert und ich habe, meine Existenz hat ein Recht, so sein zu dürfen, wie ich bin. Und ich komme jetzt gerade an so einen Punkt, obwohl ich sehr, sehr viel gemacht habe, viel ausprobiert habe und so, ich bin jetzt 52 und komme so an den Punkt und merke so, irgendwie hat mich das aber latent mittlerweile fast zu einem frustrierten Menschen gemacht. Das führt nicht zum Glück. Und wenn du jetzt gerade von Hingabe sprichst, beschäftige ich mich jetzt gerade ganz viel mit diesem Bhakti-Weg im Yoga. Dieses wirklich keine Wünsche haben, keine Ziele zu haben, sondern sich dem Fluss des Lebens hinzugeben und dadurch sozusagen das kleine Ego aus dem Weg zu nehmen, um dem Universum zu erlauben, dass die gesamte Fülle in dein Leben kommt. Du musst auch nicht meditieren, du musst, also mach gar nichts, sondern geh einfach dem Fluss des Lebens irgendwie nicht auf den Sack, indem du in Widerstand gehst. Das hat mich gerade, hat gerade was in mir total berührt, als du das erzählt hast. Und das finde ich sehr, sehr spannend, auch jetzt Azalis Weiterentwicklung einfach aus dieser Perspektive nochmal zu betrachten. Das ist natürlich schon etwas, was du dann, wo die Meta-Ebene schon irgendwie abgefahrene Nummer wird, wenn du mit 30 Jahren eine Figur entwickelst, die sagt, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als mich dem hinzugeben. Also wenn ich jetzt hier in Widerstand gehe, wird das ziemlich schmerzhaft für mich und endet zweifellos irgendwie mit dem Tod. Wobei ist das ja auch nicht, es ist nicht nur die Antwort, also ja, vielleicht können wir ganz kurz, bietet sich gerade so an, weil Abrasax, also die nennen sich ja die Söhne des Abrasax, so heißt der Clan. Und ich bin auf den Clannamen gestoßen, irgendwie durch einen Zufall. Aber Abrasax ist eigentlich ein sehr, sehr altes Wort, ist schon mindestens 5000 Jahre alt und taucht das erste Mal in so alten Zauberpapyri aus Ägypten auf. Abraxas. Abrasax. Genau, und das wurde später vermutlich mal falsch übersetzt, da wurden die Buchstaben verdreht und daraus wurde dann Abraxas, das kennen ja jetzt mehrere manchmal als der Rabe aus der kleinen Hexe. Ja, und wo wir uns neulich drüber zufällig unterhalten haben, im Hermann Hesse, im Demian, wo es da plötzlich, wo plötzlich so, ich lese den gerade nochmal neu und du warst ganz irritiert, warum ich gerade ausgerechnet gerade dieses Buch nochmal lese, weil da taucht plötzlich eine Gottheit auf, wird thematisiert, die Gottheit Abraxas. Genau. Die sozusagen Licht und Schatten in sich vereint. Ja. Und nicht nur einer Seite angehört. Genau, und mich hat das, und einfach jetzt noch so ein spannender Funfact nebenher, sehr wahrscheinlich leitet sich das Wort Abracadabra auch von Abraxas oder Brassax ab. Ah. Ja, also es ist schon sehr, einfach ein sehr altes Wort, das schon sehr magisch irgendwie auch aufgeladen ist. Und das hat mich halt, da bin ich irgendwie draufgestoßen und hab dann halt da weiter recherchiert und hab mir auch wirklich, hab mich dann in der Stabi mal ein paar Wochen vergraben und hab diese alten Gebetstexte, die inzwischen so teilweise halt übersetzt wurden, hab mich da mal mit beschäftigt. Und also es hat mich sehr, sehr fasziniert einfach. Sind das die Texte, die auch in dem Roman vorkommen, wenn sie ihre Rituale machen? Nee, nee, die hab ich tatsächlich, die hat mir Fiora eingeflüstert. Das heißt, du hast auch da, ähnlich wie hier bei Herr der Ringe, quasi diese fremde Sprache, ich dachte erst, ist das jetzt irgendwie Norwegisch oder… Ist altnordisch tatsächlich. Aber du hast sie dir ausgedacht oder du hast es dann sozusagen in diese alte Sprache verpackt? Also ich hab sie, ich hab sie mir quasi ausgedacht oder ja, Fiora hat sie mir eingeflüstert oder wie auch immer, das jetzt sehen wir. Und dann hab ich geguckt und weil Fiora und Alvor und so ein paar von den Ältesten aus diesem Clan, die kommen halt da aus der Region und auch aus dieser Zeit. Ja. Und deswegen, und ich find, wenn man so jetzt so nordische Lieder oder manchmal, manche gibt's ja auch auf altnordisch, wenn man die hört, die haben eine wahnsinnige Kraft. Und da die Vampire nicht vergessen können und sich dadurch eigentlich über die Jahrhunderte, die sie schon leben, auch jede Sprache angeeignet haben, machen sie das in diesem Ritualkontext, sprechen sie den Text halt auf altnordisch. Und dann hab ich jemanden gefunden an der, hier an der Humboldt-Universität, die sich mit der Sprache auseinandersetzt und die hat mir geholfen, das zu übersetzen. Abgefahren. Ja. Das heißt, du weißt auch, wie man's ausspricht? Das darf ich dann nochmal genauer hinterfragen, weil man weiß das nämlich gar nicht so genau. Ja. Und da müsste ich dann jetzt, wenn wir dann wirklich das Hörbuch machen, irgendwann müsste ich mal nochmal mit jemandem üben, wie könnte das genau, also ich glaube, man kann sich ganz gut am Isländischen an der Aussprache orientieren, aber da würde ich mir dann nochmal einen Experten irgendwie suchen. Ja, es gibt ja auch so Musiker, also so Bands, eine, die mir sehr nahe ist, zum Beispiel Vadruna, die halt einfach auch in diesen alten Sprachen singen. Und wo ich denke so, okay, das ist schon eine Energie, die da freigesetzt wird. Aber lass uns mal zurückgehen, lass uns mal zurückgehen und den Bogen, ich bin ein bisschen abgeschwiffen, ich weiß nicht, abgeschweift, abgeschwiffen, durch dieses, weil du sagtest, Hingabe. Ah ja, genau. Den Bogen wollte ich eigentlich auch machen, genau. Und also dieser Abrasax ist eben, so habe ich das jetzt verstanden, die Gottheit quasi zwischen Gott und Teufel. Also die Kraft zwischen den Gegensätzen. Und da gibt es auch einen schon älteren Text, der wurde von C.G. Jung transkribiert, schwieriges Wort. Und der geht auch sehr auf Abrasax ein und eben auch auf diese, ist irgendwie super schwafelig schwer zu lesen, aber auch der hat mich irgendwie total fasziniert. Und da geht es eben um dieses, die Kraft zwischen den Polen so. Und dass die, dass es so ein bisschen uns nur geben kann, weil es diese Pole gibt. Weil wenn die, wenn die Gegensätze aufeinandertreffen würden, dann würde sich das einfach in nichts auflösen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und das finde ich, ist, fand ich einfach total spannend und ist ja auch hochmodern. Ich meine, oder ist ja auch so ein bisschen zeitlos. Also es spiegelt sich ja eigentlich, wenn man dann hinguckt, irgendwie überall Ying und Yang und in ganz vielen spirituellen, ja, ist immer diese Rede von irgendwie so den Gegensätzen. Und dass es dann halt doch beides braucht. Also kein Licht ohne Dunkelheit. In meinem Mantra zum Beispiel ist das Wort Mio Ho. Das sind zwei Silben. Mio heißt das Verborgene, das Mystische, das Nichtsichtbare, der Tod. Und, ja, also, und Ho ist das Manifestierte, das Sichtbare, das Greifbare, das Manifeste. Ja. So, auch da, ne, und dem, also Nam setzt man davor, das heißt, ich widme mich Nam Mio Ho. Also ich widme mich sozusagen dieser Kraft, die beides miteinander verbindet und die beides durchdringt. Ja. Spannend. Ja, und ich finde es halt so spannend, weil man dafür akzeptieren muss, dass es beides gibt. Also es gibt die Extreme und manchmal sind wir ja irgendwie gewillt, uns nur einem Extrem so total, nur das eine zu leben so und verurteilen dann, dass es das andere auch gibt. Wir machen total irgendwie, wir wollen jetzt nur noch Liebe und Licht sein und sowas und denke ich immer so, okay, damit, damit gibst du einfach dem Schatten so viel Power, das ist heftig, indem du ihn quasi noch weiter verdrängst. Ja, genau, und ich glaube, dass es schon, also dass diese, diese Erkenntnis, ich habe eine Wahl, welchem Extrem ich mich zuwende, das ist, glaube ich, schon super wichtig und Azali eben ist jetzt nicht eine, die sich immer nur hingibt, die kämpft schon. Ja, das merke ich, im zweiten Band geht das schon los, muss sie auch Widerstand leisten und sagt, Leute, so nicht. Ja, also die, das ist halt, aber die Frage, also und das fände ich halt so spannend, so dieses, wann wende ich mich, welch, wann ist mir was nützlich und wann wende ich mich welchem Extrem, wann erlaube ich mir auch welches Extrem vielleicht und trotzdem, wenn ich, wenn ich mich dem einen zuwende, dann trotzdem noch, dann kann man, finde ich, voll für, 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 für Liebe oder, ne, so kämpfen, finde ich total wichtig. Aber trotzdem immer noch, glaube ich, wäre es wichtig, so eine Annahme zu haben, dass es halt auch das andere gibt und somit auch den, den Weg offen zu lassen für diejenigen, die vielleicht gerade in dem anderen Extrem sind, dass immer noch der Weg offen ist, dass auch die vielleicht sich wieder entscheiden können für halt dann die Liebe jetzt oder das. Das ist ja ein hochaktuelles Thema, ne, ich meine, wenn wir uns gerade die gesellschaftliche Lage anschauen, die politische Lage, die Weltlage, es ist immer mehr diese Spaltung in die Extreme und wir finden eigentlich nicht mehr die Mitte oder, ne, also immer weniger, immer weniger Bereitschaft zu sagen, okay, ich habe mich zwar für diese, diesen Weg entschieden, aber das andere ist genauso da und es hat genauso viel Wert, weil wenn es das nicht gäbe, gäbe es meine, meine Perspektive auf das Leben ja auch nicht. Ich bin total gespannt, wie das mit ihr weitergeht, also ob sie das auflöst oder ob es da, ob es da eine Verbindung gibt. Lass uns mal zu dem, zu deiner Geschichte ein bisschen zurückkommen. Zwei Sachen, die mich wirklich interessieren. Wieso? Also du fängst an, das Ding zu schreiben und das hat wirklich Hand und Fuß, also und interessanterweise sagst du, dass du früher einfach Schwierigkeiten hattest in der Schule, ne, dich zu verwortlichen, also das aufzuschreiben, weil es einfach oft mit Fehlern war und so. Wenn ich das lese, hat es wirklich einen geilen Erzählfluss und ich beschäftige mich ja viel mit Texten, mit Prosa, mit Poesie, mit allem möglichen und ich finde es für ein Debüt, für ein Erstlingswerk, also wirklich, wirklich extrem gut geschrieben. Ich bin gespannt auf die nächste, wie sich das weiterentwickelt, weil dein Stil entwickelt sich ja auch weiter oder du findest den auch immer mehr. Wie kommst du denn auf die Idee, das einfach komplett in Eigenregie in die Welt zu bringen? Weil das ist ja nochmal ein krasser Schritt, also was für ein Selbstbewusstsein, woher holst du das her, dass du sagst, ich pfeife jetzt einfach darauf, auf irgendwelche Verlage, die mir dann irgendwie die Geschichte kaputt schreiben und mir sagen, was ich schreiben soll und was nicht oder was funktioniert und was nicht, sondern dass du so dermaßen darauf vertraust, dass du sagst, ich gebe nichts aus der Hand, ich gebe idealerweise nicht mal das Hörbuch aus der Hand, indem ich es irgendwelche anderen Menschen produzieren lasse, sondern du trainierst dich gerade darin, zumindest es zu versuchen und bist auch ganz, ganz offen, das alles selber zu machen, alles selber zu machen, auch die Cover-Entwurf mit einem Künstler zu gestalten und Lektorat hast du das Glück, dass du deine Mutter an deiner Seite hast, die aus der Branche kommt und dir natürlich dort Sparing-Partner ist. Das würde mich wahnsinnig interessieren, wo holst denn du diese Ruzpe her? Ja, ich verirre das total. Ich glaube, das war was, was mich, ich glaube, ich habe das durchs Schreiben halt gelernt, irgendwie, also dieses, ich glaube, es hat einen, also auch, dass ich diesen Gott, diese Gottheit, also Abrasax gefunden habe oder die mich oder so, ich hatte irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt schon einen Grund, warum diese Geschichte mich ausgesucht hat und ich habe halt dann, ich habe dann schon überlegt, soll ich es über einen Verlag versuchen? Ich meine, da gibt es bestimmt auch ganz tolle, die einen wunderbar, also ich will das gar nicht jetzt so, Willst du noch kein Verlags-Bashing sagen? Ja, genau, nee, überhaupt nicht. Ich finde das wahnsinnig verehrungswürdig oder nicht verehrungswürdig, sondern bewunderungswürdig, dass du einfach sagst, ich mache das so weit, es geht alles selber, das macht mich gerade total an, zu probieren, wie weit ich gehen kann. Ja, genau und ich glaube, das ist es halt, ich habe einfach, ich habe gemerkt, ich habe da Bock drauf und also nicht nur das Schreiben, sondern eben auch das Drumherum, auch wenn ich da, wenn ich da an vielen Stellen echt wachsen muss, um das ausfüllen zu können und super viel lernen kann, aber darauf habe ich halt auch so Bock und ja, es macht mir alles Spaß und das Hörbuch will ich auch eigentlich nur aus dem Grund gerne selber machen, weil ich richtig Bock drauf habe. Ah, okay. Weil ich Bock drauf habe, das zu lernen, das ist jetzt gar nicht irgendwie mein Ego, das sagt jemand anders irgendwie, darf nicht Asali lesen oder so, sondern ich habe einfach, ich habe Bock drauf und ich habe irgendwie, ich glaube, ich bin schon immer so ein Mensch gewesen, so jemand, der sehr individuell ist und mir ist es auch wichtig, dass Sachen irgendwie individuell auf mich zugeschnitten sind und so und ich hatte halt in den Zeiten, in denen ich irgendwie so angestellt war oder so, dann hatte ich immer ganz schnell irgendwie das Problem, wenn ich das Gefühl hatte, ich darf die Sachen nicht so machen, wie ich sie für richtig halte. Und jetzt bei dem Buch will ich mir das einfach von niemandem nehmen lassen, das kam zu mir und irgendwie ist jetzt so klar, das ist jetzt meine Chance, wirklich zu sagen, hey, und jetzt mache ich mein Ding. Und also jetzt gar nicht um, also hat man ja auch schon mitbekommen, ich hole mir ja dann schon die Experten wie jetzt dich zum Beispiel und bin da bereit, was zu lernen und so, aber ich will am Schluss entscheiden. Und das, also, es muss, ich möchte diese, diese Macht möchte ich für mich behalten, wirklich alles zu entscheiden und mich auch nicht von irgendwem, weil jemand denkt jetzt irgendwie marketingtechnisch wäre jetzt, keine Ahnung, da ein Vampir auf dem Cover doch besser als der Hahn. Ich möchte da nicht unter diesem Druck sein, da jemanden… Ich verstehe, was du meinst, weil ich habe das mit dem Podcast ja selber gehabt, wo ich irgendwann auf die Idee kam, eigentlich habe ich Bock, genau das, was wir jetzt hier machen, interessante, inspirierende Gespräche mit Menschen zu führen, die ich toll finde und eben auch sozusagen eine Rubrik zu entwickeln, wo ich irgendwie aus meinem Leben erzähle und so auch mein Alltag mit den Entwicklungsschritten, die ich mache, mit meiner spirituellen Perspektive auch sozusagen meinem Voranscheitern auf diesem Weg und wollte mir da auch nicht reinreden lassen und so. Und das hat aber total ein Hindernis irgendwie, was diese Technik betrifft. Und ich struggle immer noch, wenn irgendwas nicht funktioniert und denke so, verdammte Kacke, diese Technik. Trotzdem habe ich es gelernt. Ich habe mir dann jemanden geholt, einen Podcast-Coach, der das mir so beigebracht hat, dass selbst ich mit einer totalen Technikphobie offensichtlich das jetzt hingekriegt hat, irgendwie 115 Podcast-Folgen zu veröffentlichen. Aber auch nicht, weil ich jetzt gesagt habe, ich muss da eine Menge Geld mitverdienen. Ich meine, du kannst Glück haben und kannst damit irgendwann auch Geld verdienen, wenn es eine große Reichweite hat. Aber darum geht es mir bis heute nicht. Es geht mir einfach darum, dass ich das genau so machen kann, wie ich das möchte und dass mir da keiner reinredet. Und das macht mir totale Freude und stachelt auch immer noch meinen Ehrgeiz an. Aber einen gesunden Ehrgeiz. Und so verstehe ich das gerade, dass du sagst, okay, es ist kein Ego-Trip, den ich da habe, sondern es ist einfach, weil ich da Bock drauf habe und mir möglichst wenig Einengungen zumuten möchte oder selber ins Boot holen möchte. Ja, genau. Also ich bin, also es gibt viele Punkte, an denen ich andere nach ihrer Meinung frage oder so, gar nicht jetzt so. Aber ich habe einfach, ich habe einfach Bock, diese Entscheidung genau zu treffen und das auch aufzubauen. Und das macht, glaube ich, schon auch was aus, was jetzt nämlich das Mich-Zeigen angeht, habe ich gemerkt, wenn ich, also wir hatten zum Beispiel auch, ich hatte auch so Training, so Reden halten vor Leuten und so. Und ich bin total nervös und ich kann überhaupt nicht gut sprechen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin da in der Rolle. Ich muss da irgendwas erzählen, irgendwas beweisen, was ich nicht bin. In dem Moment jetzt bei der Veröffentlichungsverfahren mit dem Buch auch oder jetzt, ich war auch zwischendurch schon auf einer Lesung, das ist ja alles meins und Asalis und so, aber es ist ja alles meins. Und das ist eine Entwicklung, ne? Ja, es ist, da macht mir niemand was vor, da bin ich wirklich die Expertin, weil es geht um mich und um meine Figuren und niemand kennt die so gut. Und da hatte ich überhaupt keinen Stress, da konnte ich total souverän dann einfach auf der Bühne stehen und Fragen beantworten oder was vorlesen und habe einfach nur Spaß dran. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht mir nochmal wichtiger, wirklich, dass das auch so bleibt, dass das wirklich so meins bleibt. Weil du ja auch merkst, also ich meine, du bist jetzt in der Mitte am Ende des dritten Bandes, wie sehr es dich mit Kraft und mit Lust und mit Lebensfreude erfüllt. Also ich kann jetzt nur natürlich aus meiner Perspektive als Coach gucken, ich begleite dich jetzt seit vier, fünf Monaten, wir treffen uns alle ein, zwei Monate zu einem Coaching, einfach für das Lesen und sowas. Und wie ich so sehe, wie du deine Entwicklungsschritte machst, so von Anfang zu jetzt und wo ich denke so, wow, okay, entweder arbeitet die jeden Tag irgendwie eine Stunde lang an ihrem Lesen oder es ist einfach eigentlich ein inneres Ankommen in deiner eigenen Fülle und in deinen eigenen Fähigkeiten. Klar hast du Aha-Momente, weil ich dir natürlich technisch auch was Impulse gebe und das sagt dann und das arbeitet an dir, aber ich merke so richtig, wie du immer souveräner und entspannter und lustvoller in deine eigene, die sie jetzt sogar selber durch Worte, durchs Aussprechen zum Schwingen bringst. Nicht nur, dass du sie aufschreibst, sondern dass du sogar auch sie in diesem Prozess, den wir miteinander gehen, auch noch selber zum Schwingen bringst. Also als laut, als gelesenes, als selber gelesene Verkörperung. Ja. Das ist ziemlich abgefahren. Hilft dir das eigentlich noch tiefer in deine Figuren einzutauchen oder ist es eher irritierend, dass du ihnen jetzt eine Stimme verleihen musst? Nee, gar nicht. Also, doch, das hilft mir auf jeden Fall, würde ich sagen. Also, ich finde es halt so spannend, weil ich immer noch andere Aspekte dann entdecke. Ich weiß nicht, wir hatten ja vor allem die ersten Kapitel geübt am Anfang so zu lesen und da hattest du irgendwann, du weißt mich immer so drauf hin, denk an den, also du musst, man muss den Kontext irgendwie raushören quasi, wenn ich, oder eigentlich ja, wenn Asali ihre Geschichte erzählt ist, den musst du ja mit im Gefühl haben, wenn du es liest. Du brauchst ihr genau. Ablese, sondern es geht ja um den Kontext auch in der Stimme zu transportieren. Und auf den Subtext. Und da hattest du bei irgendeinem, ich weiß es jetzt gerade leider nicht mehr, aber bei irgendeiner Stelle hast du irgendwie sowas gesagt, ach, dass das da auch noch drin steckt. Und das war so ein Aha, weil ich so, auf die Art, das war mir gar nicht klar von meinem eigenen Buch und ich weiß nicht, wie oft ich inzwischen Kapitel 1 gelesen habe, weil ich es natürlich immer wieder ja auch korrigiere und so. Und von dem her hilft mir das, würde ich sagen, schon total. Weil du es ja nicht nur intellektuell zu Papier bringst, sondern du fängst jetzt durch, dadurch, dass du dich entschlossen hast, mal gucken, wie weit ich komme. Wenn es nicht reicht, dann suche ich mir eine professionelle Sprecherin, die das für mich einliest. Aber du verkörperst es jetzt. Du gibst Asali quasi auch noch selber deine Körperlichkeit und deine Stimme und deine Seele. Ja, das ist ja der Job, den wir als Schauspieler, als Synchronsprecher, als Hörbuch-Sprecher, Sprecherin, das ist ja unser Job. Und selbst das machst du jetzt auch noch, neben der ganzen Publisher-Geschichte. Zweifelst du manchmal? Ja. Kommst du manchmal an Punkte, wo du sagst, ich lasse das alles, ich komme nicht weiter? Und was machst du dann? Also das ist spannend. Also ich habe jetzt auch gerade so die letzten Monate, jetzt geht es gerade wieder richtig, habe ich das Gefühl, es kommt wieder gerade richtig was in Schwung, aber gerade so die letzten Monate hatte ich eigentlich relativ viele Zweifel, die so permanent so an mir genagt haben. Aber ich habe halt gute, ich habe halt durch die Coaching-Ausbildung ganz gute Methoden, um, ich glaube mir das eigentlich nicht mehr. Also ich höre die Zweifel und ich habe auch viel so mit meinem inneren Kritiker gearbeitet, der hat jetzt auch eine ganz andere Form als früher noch. Und dadurch, die Zweifel sind schon da, aber ich kann jetzt auch oft dann, also früher war für mich ein Zweifel etwas so Grausames, dass ich dann immer gleich das Ganze in Frage gestellt habe und dann irgendwie mich tagelang gequält habe und irgendwie dachte, ich darf das nicht weitermachen oder so. Und jetzt ist es irgendwie so, es kommen diese Zweifel und ich denke mir, ah, was hat das, welche Kernbotschaft steckt denn in dem Zweifel? Was hat es denn vielleicht, was ich wirklich irgendwie vielleicht noch ändern kann oder so? Ich arbeite gerade dann zum Beispiel dran, das Band 1 auch als E-Book rauszubringen und muss mich deswegen nochmal viel auseinandersetzen und habe jetzt einfach gemerkt, es gibt, weil ich mich halt auch sprachlich entwickelt habe, es gibt so ein paar Sachen, Kleinigkeiten, aber die mir jetzt, die niemandem aufgefallen sind, aber die mich jetzt stören, wenn ich es lese. Und habe da angefangen, das einfach nochmal so ein paar Phasenweise ein bisschen umzuschreiben. Und das hat auch ganz viel mit so Zweifeln zu tun gehabt, weil ich dann so, oh, hat sich zuerst irgendwie blöd angefühlt und so. Und dann habe ich aber gemerkt, wie ich richtig Spaß daran gefunden habe und irgendwie auch immer kreativer geworden bin. Und so gemerkt habe, hey, wer sagt mir denn, also das ist ja auch so eine ganz komische alte Einstellung, irgendwie so, dass Fehler so was Absolutes haben. Hast du einen Fehler gemacht und dann ist das falsch und so. Und wer sagt denn, dass ich das nicht nachbessern kann? Und überhaupt ist das ein Fehler? Ist das einfach nur anders? Ich nenne das fröhliches Voranscheitern im kreativen Prozess. Es gehört immer dazu. Du kommst an Grenzen und denkst, oh und so. Und dann durchatmen, was neu machen, andere Perspektive nochmal einnehmen. Und dann diese zwei Schritte vor einer zurück. Das ist ja im kreativen Prozess, also dem bist du dauernd konfrontiert und du nutzt es gerade, um das noch zu optimieren. Ja, und genau. Und das aber, also da den Zweifel als was Positives anzunehmen, also genau, das ist nicht nur was Schlechtes sozusagen. Und dann ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist einfach so eine, wenn ich dann merke, da kommen Zweifel und so die Gedanken, vielleicht ist das alles Quatsch und sollte ich damit aufhören? Warum mache ich das? Das ist ja auch wahnsinnig anstrengend. So ein Schreibprozess manchmal dauert auch wahnsinnig lange. Ja, also es geht halt viel Zeit rein. Also beim Schreiben habe ich das eigentlich nicht. Da bin ich, also schreiben glaube ich, kann ich auch nur, wenn ich das nicht habe, weil dann fließt es einfach so. Und wenn es nicht fließt, dann schreibe ich nicht. Fertig. Habe ich gemerkt, das bringt nichts. Dann wird es auch komisch. Dann verliert auch plötzlich, wenn ich manchmal so versucht habe, ich zwinge mich jetzt, weil ich will jetzt gerade unbedingt schreiben und es fließt aber nicht. Und ich lese es hinterher, dann merke ich, oh, das sind gar nicht mehr die Figuren, die verlieren ihre Authentizität, es wird ganz komisch. Ja, okay. Und deswegen habe ich gemerkt, Edwin, das fließt euch, lass es. Das ist aber auch das Geile, du hast keine Abgabetermine. Ja, eben. Und die habe ich halt als Self-Publisherin erst recht nicht so. Das ist aber super. Genau. Und, ach, worauf wollte ich, ich wollte eigentlich noch was anderes. Ah ja, Zweifel waren wir, genau. Genau. Und da ist so eine tiefe, also wenn die kommen und die mir sagen, Mensch Melina, ist doch Quatsch. Wer denkst du denn, wer du bist? Ja. Dann kommt so eine tiefe Gewissheit, nee, scheiß drauf, mach, geh einfach, das wird schon. Also das ist wirklich das Gefühl, das Universum möchte, dass du das in die Welt gibst. Ja, wie man das nennen will, aber ja. Ja, wir können es ja mal so groß machen. Du sagst ja, es fließt, es schreibt dich. Ja, irgendwas sagt mir einfach, das ist jetzt mein Weg. Und schlussendlich wäre das wunderschön und das ist schon mein Ziel, aber schlussendlich jede Minute, die ich ja damit verbringen darf und die Freude, die es mir bringt, ist es sowieso schon wert. Dafür muss es niemand gelesen haben. Du hast richtig Spaß dran. Ja. Und das merkt man immer, wenn wir uns begegnen und so, weil das ist so, das berührt mich sehr, weil das ist so, du hast da dein Baby, das jetzt langsam heranwächst, ne, und habe ich das richtig in Erinnerung, dass du mal gesagt hast, das werden sieben Bände? Oder habe ich das jetzt irgendwie mir irgendwo anders hergeholt? Ja, diese Zahl haben öfter mal Leute irgendwie im Kopf, vielleicht ist es so ein Harry Potter Ding, weiß ich nicht. Ach so. Aber ich weiß es nicht, ob sieben Bände, ja. Ich weiß nicht, ob sieben Bände werden. Ich, ähm, mich hab, also, es ist nicht so, dass ich gar nicht weiß, wo es hingeht in der Geschichte. Ich hab schon einen groben, wie so eine grobe Vision, so auch für, für das Finale, Finale sozusagen. Nur die, der Weg dahin ist irgendwie ganz offen. Das heißt, du erlebst den in dem Moment auch erst mit, indem es dich schreibt? Ja, ich hatte so Momente, das macht so Spaß, ich hatte so Momente, in Wand 1 gibt es einen Moment, da wusste ich, ich wusste was, ähm, es war offensichtlich, was, ähm, inhaltlich passieren wird. Ja. Aber ich brauchte irgendwie einen anderen, einen anderen Raum. Und dann saß ich da vor meinem Rechner, hab überlegt, okay, für das, was jetzt gleich passiert, wie müsste denn der Raum sein? Und hab mich total blockiert. Mir ist nichts, gar nichts eingefallen. Und dann hab ich gedacht, Mensch, Melina, das ist doch, das ist doch verrückt. Die ganze Zeit fließt und jetzt sitzt du hier und dir fällt nicht ein, wie dieser verdammte Raum sein soll. Und dann hab ich gedacht, ach komm, lass mal los, jetzt lass die einfach mal durch eine Tür gehen, von der ich selber bis dato gar nicht wusste, dass sie da ist. Und dann sind die durch diese Tür gegangen und dann kam da ein Raum, den ich mir besser nicht ausmalen hätte können, so vorher. Und so ist es. Wie unser Unterbewusstsein auch funktioniert, ne? Ja. Und in Band 2 hatte ich es noch krasser. Da hatte ich einen Moment, äh, wenn ihr eben Melina jetzt sehen könntet, ne, so kurzer Audiokommentar. Sie strahlt über das ganze Gesicht, weil dir das so Freude macht. Ja. Also da kam eine, ähm, relativ neue Figur. Ich wusste auch noch nicht so viel von dem. Und, ähm, wirklich, ich, ich, ich saß da, die Finger tippen und ich, ich denke mir, der antwortet jetzt in einer bestimmten Art und Weise. Ich wusste noch nicht genau die Worte, aber ich, so. Ähm, und zwar so in einer Art, dass er nichts, nichts davon weiß. Und dann tippen sich die Worte und ich lese die und die Worte machen klar, er weiß es doch. Und ich saß da und hab das gelesen und hab gedacht, hä, das kann er ja nicht wissen. Das weiß der ja nicht. Und in dem Moment, wo ich denke, das kann er nicht wissen, kam mir, natürlich weiß der das. Und dann erst hat sich wirklich so, in dem Moment, hab ich dann verstanden, warum der das weiß. Und dann macht das total viel mehr Sinn, als wenn er es nicht gewusst hätte. Aber, ähm, ja, und das ist halt so, ich glaube, deswegen hört das auch nicht auf mich so sehr, ähm, weil ich, weil ich, weil ich selber, ich hab immer so Bock, dass es weitergeht. Ich hab auch irgendwann mal am Telefon zu meiner Mama gesagt, ähm, du, wir müssen jetzt aufhören, ich, ich muss weiterschrechen, wir wissen, wie es weitergeht. Das ist so wie so Binge-Watching, weißt du, wo du einfach immer weitergucken musst, irgendwie, ne, ne, eine Serie, die dich gerade total catcht, die du dir gerade selber ausdenkst und die irgendwo in deinem Unbewussten sozusagen einfach nur darauf wartet, durch dich erlebt und niedergeschrieben zu werden. Das finde ich irre. Ja, und manchmal hab ich halt so, ähm, so im Alltag sowieso Vision oder erzählt sich dann schon Teile aus der Geschichte, wo ich weiß, die kommen erst viel später, also zum Beispiel, dass… Notierst du die dann? Nee, hab ich mir abgewöhnt oder hab ich nie richtig gemacht und ich hab dann auch schnell gemerkt, dass ich das auch nicht machen darf, aber zum Beispiel so den Anfang von Band 3 wusste ich schon, quasi, da war ich, glaub ich, noch nicht mal bei der Hälfte von Band 2. Ja. Ähm, und dann hab ich aber ganz bewusst das eben nicht aufgeschrieben, weil ich mir gedacht hab, ich will mich schon da auch gar nicht festnageln. Ähm, aber er hat mir dann natürlich schon Orientierung gegeben, wo Band 2 enden könnte. Und dann hat Band 2 doch irgendwie an einem irgendwie plötzlicher geendet, als ich dachte. Also auch das war dann wieder so, oh, okay. Aber, ähm, ja, genau. Und so ist halt immer in dem Prozess auch so viel für mich dann doch raus zu, ähm, zu erleben irgendwie. Und deswegen macht es total Spaß. Melina, ähm, ich danke dir sehr, äh, die Zeit ist verflogen. Äh, mir war das total wichtig, dich da mal auszufragen, wie das eigentlich ist, weil es, ich, 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 ich darf gerade so, ähm, ein Stück weit sozusagen an diesem Prozess teilnehmen und dich dabei beobachten und dich sogar ein Stück weit unterstützen mit den Sachen, die ich dir da irgendwie vermitteln kann, einfach jetzt rein technisch. und, äh, dich da, die Dichter unterstützen auch in dem, in der Lust, dass du da weitergehst und das macht mir totale Freude. Ich danke dir total, dass du, äh, gesagt hast, du, du lässt dich auf dieses Gespräch hier ein. Ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Kreativität, ganz viele, äh, ganz viel Entspanntheit dabei und ganz viel Weite, dass diese Geschichte weiter durch dich, äh, fließen kann und, ähm, möchte euch, Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, das sehr ans Herz legen, der, äh, Asali, der Clan der Abrasachse. Asali, die Söhne des Abrasachs. Die Söhne, warum sag ich denn immer der Clan? Weil es der Clan ist, aber das Buch heißt Die Söhne der Abrasachse. Der zweite Band wird dann heißen, der kommt jetzt auch dem, irgendwann demnächst, ähm, wird der veröffentlicht. Ja, ich glaube, das verrate ich mal noch nicht. Sagst du mal nicht? Aber auch, Abrasachs kommt auch vor und Asali ist ja die, also ist der Titel der Reihe und Asali findet man's immer. Okay. Und ist auch am leichtesten, glaube ich, einzutippen. Ich freue mich total. Ähm, ne, du bist bei Instagram, du, 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 ähm, gibst da, gibst da Informationen über die, über den Zustand deines kreativen Prozesses und so, äh, gehst damit an die Öffentlichkeit. Ich bin total gespannt, wo das, äh, wo das hinführt und ich bin total gespannt, wann ich ins Studio gehe und irgendwann diese Serie synchronisiere, weil sie dann schon verfilmt ist. Weißt du, das ist ja so. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und vielleicht auch, äh, ermutigt und inspiriert, selber mal vielleicht die ein oder andere Geschichte aufzuschreiben, die ihr, die in eurem Herzen, in eurem Kopf irgendwie sich immer wieder meldet. Äh, und, äh, ja, wir freuen uns über Feedback. Folgt gerne Melina, äh, auf Social Media und schaut mal in die Bücher rein und, äh, Melina, dir danke ich, dass du heute Vormittag hierher gekommen bist, dass das jetzt so spontan geklappt hat heute und, ähm. Ich würde mich auch noch ganz gern kurz bedanken bei dir, weil es ist mir immer eine große Freude, wenn wir uns sehen, ähm, und wenn wir zusammen arbeiten und vielen Dank für die Chance heute. Ähm, ja, danke dir. Total gerne, das ist mir total wichtig, dass, dass, äh, weil ich bin selber ein Fan von dieser Geschichte, ich freue mich jetzt schon, äh, äh, ne, jetzt habe ich endlich ein bisschen Zeit, ich habe ein paar Tage Urlaub, dann kann ich jetzt endlich den zweiten Band auch zu Ende lesen. Ich hoffe ja, dass ich auch wieder eine Vorab, äh, Möglichkeit habe, in den dritten Band dann reinzugucken. However, ihr Lieben, äh, wir halten euch auf dem Laufenden und, ähm, bis zum nächsten Mal wieder. Teilt gerne diese Folge und hört gerne auch mal in die anderen Podcast-Folgen rein, äh, abonniert den Podcast, ähm, und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Erstmal alles Liebe zu euch und tschüss und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Sei der Welt ein Licht. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017